Lifty und Scoop, die Roboter und Lea, machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo, Leo der Lastwagen. Die Autos haben auf der Farm gesundes Gemüse angepflanzt. Es ist Zeit für die Ernte. Roboter, hört mit dem Unsinn auf. Lifty bringt ein paar Kisten. Da bin ich. Roboter, nein, das ist doch kein Ball. Ui. Lifty hat für das Gemüse ein paar Kisten gebracht. Lasst uns die Karotten ernten. Und rote Beete. Und Kohl. Kohl? Rote Beete. Karotten. Lifty, die Roboter sind erschöpft. Ja, das ist zu viel Arbeit für uns. Wir brauchen Hilfe. Lifty hat recht. Um eine so große Ernte einzubringen, braucht man eine Erntemaschine. Ich frage mich, wer eine haben könnte. Leo. Leo. Dieses Teil nehmen wir ab. Hm? Hm. Leo. Bin schon unterwegs. Leo bringt das Teil, das wir für die Erntemaschine brauchen. Mit diesem speziellen Aufsatz kann die Erntemaschine das Gemüse aus der Erde ziehen. Hey, hey. Hallo. Leo und Lea haben eine Erntemaschine gebaut. Lasst uns auf die Farm gehen. Das ist ein Tunnel. Der rote Roboter wird die Erntemaschine fahren. Vorsicht, ein Tunnel. Was ist denn? Steckst du fest? Was machen wir denn jetzt? Was hat der Roboter denn vor? Er drückt aufs Gaspedal. Stopp. Die Erntemaschine ist zu groß. Hallo. Braucht ihr Hilfe? Hallo, Scoop. Der Tunnel ist zu schmal. Die Erntemaschine kommt nicht durch. Ich kann den Tunnel breiter machen. Scoop will den Tunnel mit seiner Baggerschaufel größer machen. Stopp. Der Tunnel ist sehr lang. So würde das ja ewig dauern. Wir müssen die Erntemaschine rausziehen. Scoop zieht mit all seiner Kraft. Hilft die auch? Lea, schieb! Ich schiebe! Hurra! Sie haben die Erntemaschine befreit. Aber wie sollen sie sie auf die Farm bringen? Oh je! Hm. Ich hab's! Sie müssen die Erntemaschine auseinanderbauen. Dann passen die Teile sicher durch den Tunnel. Scheinwerfer. Windschutzscheiben. Leo baut die Erntemaschine auseinander, als sei sie ein Spielzeugauto. Normalerweise bauen wir Fahrzeuge zusammen. Bist du sicher, dass du das kannst, Leo? Das kriegen wir schon hin. Los! Schnapp durch die Teile! Sie müssen alle Teile zur Farm bringen. Lea und Leo können sie in ihren Ladekästen transportieren. Schau mal! Lifty schiebt die Karosserie. Und der Roboter nimmt die Scheinwerfer mit. Scoop hat sich das Auswurfrohr geschnappt. Der lilafarbene Roboter hat seine Freunde entdeckt. Hihi. Hihi. Jetzt können wir die Erntemaschine wieder zusammenbauen. Scheinwerfer. Lenkrad und Fahrersitz. Windschutzscheiben. Räder. Der Aufsatz. Das Auswurfrohr. Wir haben es geschafft! An die Arbeit! Jetzt kann die Erntemaschine das Gemüse ernten. Bist du bereit, Leo? Ja! Und los geht's! Mit dem speziellen Aufsatz werden die Karotten aus der Erde gezogen und landen direkt in Leos Ladekasten. Leos Kasten ist voll. Hurra! Jetzt bin ich dran! Als nächstes wird Rote Beete geerntet. Ach du meine Güte! Ein riesiger Haufen Gemüse! Und noch einer! Karotten! Rote Beete und Kohl! Na das ging ja schnell! Gehen wir spielen! Hihi. Gute Idee, Scoop! Ehhhh. Tschüss. Schuss! Jeiles面. Musik Meine Güte,